Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber es kann sich lohnen, die Ecken in den Schubladen nach altem Gold oder kaputtem Schmuck zu durchforsten. Wir zeigen Ihnen, wo Sie unkompliziert Ihre Wertgegenstände umtauschen können. Die Juweliere Arnold und König beraten kompetent und seriös und bezahlen sofort. Schaufenster Spezial am Freitag, den 30.03. um 17.45 Uhr und 22.30 Uhr. Nur hier auf München TV. Untertitelung des ZDF, 2020